Nun möchte ich die Schaltflächen mal mit den einzelnen Kapiteln verknüpfen. Und bevor ich damit beginne, gehe ich jetzt mal hier in den Bereich Schnittfenster und gehe auf mein Schnittfenster, also auf meinen Film. Klicke da mit der rechten Maustaste drauf und sage Umbenennen. Damit das jetzt hier nicht immer so lang ist, der Name, ändere ich den mal einfach auf Film. Warum? Das wird man auch gleich im Weiteren nochmal sehen. Also dieses Schnittfenster heißt jetzt einfach Film. Jetzt möchte ich hier die erste Schaltfläche verlinken. Und zwar diese hier. Und die soll mit dem ersten Kapitel aus meinem Film verknüpft werden. Und dazu kann ich jetzt in den Eigenschaften für diese Schaltfläche einfach dieses Verknüpfungs-Drag-and-Drop-Symbol nehmen, dieses Seil. Und das ziehe ich jetzt hier auf die Kapitelmarke 1. Jetzt sieht man auch, steht hier in dem Feld Film Doppelpunkt Kapitel 1. Also diese Schaltfläche ist verknüpft mit dem Schnittfenster Film und dort mit dem Kapitel 1. Diese Methode, wie ich sie jetzt gerade eben hier gezeigt habe, mit dem Gummiband, die kann natürlich etwas unübersichtlich und umständlich werden, gerade wenn man hier wirklich einen langen Film hat. Deswegen gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Und um die zu zeigen, schwenke ich mal meinen Aufzeichnungsbereich ein bisschen. Gehe auf Schaltfläche 2. Und statt jetzt hier mit diesem Gummiband die Verknüpfung zu setzen, gehe ich auf diese Schaltfläche. Und da geht jetzt nochmal so ein Menü auf. Und da reicht mein Aufzeichnungsbereich trotzdem nicht. Ich ändere den nochmal ein bisschen weiter. Also ich schwenke nochmal ein bisschen rüber. Verknüpfung festlegen. Und zwar mit dem Schnittfenster Film. Also das ist jetzt einfach der Name des Schnittfensters. Und dort kann ich jetzt direkt Kapitel 2 anwählen. Und das ist unter Umständen eben die schönere Variante. Ich wähle jetzt mal Marke für Kapitel 3 an. Film, Kapitel 3. Und die letzte Schaltfläche eben verknüpft mit Kapitel 4. Und jetzt sieht man, dass hier im Menü auch gleich jeweils die Bilder an der Kapitelmarke übernommen wurden. Das ist ja auch okay so. Und ich habe jetzt hier meine vier Schaltflächen, die jeweils direkt zu dem jeweiligen Kapitel führen.